VIRTUAL SPORTS VIRTUAL SPORTS VIRTUAL SPORTS Weißt du, vielleicht kannst du bleiben. Wenn du willst. Ich meine nur, wenn mein Vater hört, was du für mich getan hast, bietet er dir bestimmt ein Zuhause an. Wenn du das möchtest. Ich kann auch so glauben, dass wir hier sind. Halt an, halt an, halt an, hier ist es. Mit dem Motorrad geht es nicht weiter. Es würde das Abwehrsystem auslösen. Fremden gegenüber ist mein Vater etwas eigen, also lass besser mich reden, wenn wir da sind, okay? Okay. Oh, seltsam. Was? Warum sind die Geschütze am Tor aktiviert? Wie kommen wir jetzt rein? Gehen wir weiter zum Wachposten. Wir brauchen ein Funkgerät, dann lassen sie uns rein. Komm mit, Monkey. Seltsam. Seltsam. Mark ist nicht hier. Er sollte doch die Brücke bedienen. Hallo? Mark! Ist da jemand? Monkey, die Brückenscheuerung ist da oben. Okay. Ich find schon einen Weg dahin. Super. Und jetzt lass die Brücke für mich runter. Okay. Gehen wir weiter. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Kannst kaum erwarten, meinen Vater wieder zu sehen. Ziemlich ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Warum nicht einfach Geschütze und Waffen? Das war Marks Idee. Er liebt es halt, Brücken hoch und runter zu klappen. Also lassen wir ihm seinen Willen. Wir müssen da hoch. Los geht's. Okay, okay, geh rüber. Okay. Okay. Okay, geh rüber. Komm, schau, tu es. Ah, seltsam. Hier ist auch keiner. Ja. Na ja, hilf mir da hoch. Hm? Hey! Bist du okay? Ja, alles klar. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das sollte nicht passieren. Muss irgendwie beschädigt worden sein. Da ist der Wachtturm. Noch mehr Brücken. War das wirklich nötig? Das musst du Mark fragen, wenn du ihn siehst. Er sagt, sie sind perfekt, um die Mechs fernzuhalten. Weil man menschliche Intelligenz braucht, um sie zu verstehen. Nein, aber er hat Brücken wohl einfach gern. Zieh den Hebel. Das muss jemand sein. Es hält immer jemand Wache, egal was ist. Unmöglich. Die Posten sind immer bemannt. Die Posten sind immer bemannt. Basis, bitte kommen. Hier ist Post 9. Könnt ihr mich hören? Over. Basis, bitte kommen. Basis, bitte kommen. Was ist da bloß los? Was ist los? Was ist los? Trip. Nein. 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 Trip. Trip! Warte. Warte, warte. Es reicht. Ach, Sklavenecklar. Es sind Würge in der Welt. Ich muss den anderen Wachtturm erreichen. Oh mein Gott! 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 Chip, ich kann dich nicht hören! Oh mein Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020